Ein Jahr in Weinfranken. Ein multimedialer Vortrag von Lothar Mayer. Kommen Sie mit und erleben Sie ein Jahr im fränkischen Weinberg. Erkunden Sie die bedeutendsten Weinlagen und vor allem die Kraftorte Weinfrankens. Erfahren Sie, warum der Weinberg seinen Besitzer mindestens einmal pro Woche sehen möchte und warum bis nach den Eisheiligen eine Rebe nach oben und eine nach unten gebunden wird. Exkursionen in den Arbeitspausen entführen Sie zu natur- und kalthistorisch bedeutsamen Orten Weinfrankens. Staunen Sie über das Alter des Boxbeutels und warum heute die Wurzel des fränkischen Weines aus Amerika kommt. Erfahren Sie, wo der Unterschied zwischen Qualitätswein und Discountprodukt liegt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017